Oh man, herzlich willkommen zurück hier bei The Walking Dead. Oh Gott sei Dank hat er noch Munition. Das wäre sonst ziemlich eng geworden für uns. Oh shit. Oh man, bitte, bitte behalt deine Muni. Alter Schwede, alter, was geht hier ab? Und der Lärm wird dir wahrscheinlich noch viel mehr anlocken dann. Oh kacke, Clam, bitte, 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 mach keinen Scheiß. Clam, 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 ganz ruhig. Ich dachte gerade, du fällst da drüber, ne? Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Ehe. Zack, und jetzt nehmen die Waffe und knall dir den Schädel weg. Oh, ich muss auch noch treffen. Nein, der Rückschuss war viel zu groß. Wir haben am Anfang damals gesagt, wir können nicht mit dem Gewehr umgehen. Das Messer. Scheiße, ich habe nochmal die Knarre genommen. Ich Idiot, das wollte ich gar nicht. Ach du Kacke. Oh Gott. Alter. Oh Scheiße, Mann, wir müssen nicht helfen, komm schon. Matthew. Matthew. Oh, Gott sei Dank. Man kann ihm vertrauen. Scheint ein guter zu sein, der Matthew. Clem, geh rein rein. Geh! Alter Schwede. Was geht ab? Clementine, sind Sie okay? Was zur Hölle? Boom. Ach, schau mal einer an. Nee. Da ist Bonnie dabei. Was? Wo ist Rebecca? Carver. Hm. Es ist toll, dich auch zu sehen. Alter. Sarah. Sarah. Was ist das für ein Typ? Was zur Hölle ist denn hier los? Ganz leise jetzt. Geht da vorne ist er, geht da runter. Boah, das könnte ein ganz schönes Gemetzel werden, habe ich das Gefühl. Okay, nach rechts. Hoffentlich knarzt da nix. Knocken wir den Kerl jetzt aus, oder wie sieht's aus? Hier ist keiner. Was zum Teufel? Was ist schon jemanden vorgefallen? Wo ist Rebecca? Sarah, schau mich an. Es wird okay sein. Sie hat ein Kind. Ein Doktor. Nein. Wo ist Luke und Kenny? Oh, scheiße. Sie sind immer außerhalb. Sie können uns helfen. Wir müssen Carlos helfen. Nein. Das stimmt allerdings auch. Oh, Alter. Es ist doch die richtige Entscheidung, Mann. Der Typ ist unberechenbar. Ja. Ja. Nein. 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 nur vorgefallen zwischen denen, man. Ach, du Scheiße. Kenny. Gott sei Dank. Oh, 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 oh. Der sieht mir aber nicht sehr hell aus, um ehrlich zu sein. Kenny. Scheiße, Alter. Was sollen wir tun? Alter. Sie ergeben sich. Ach, jetzt verstehe ich. Ich glaube, er wird sie töten ohne Scheiß. Jetzt wissen wir, wie wir nur... Oh, er hat geschossen. Das wissen wir auch, wo er immer gesagt hat, bitte lass es nicht seins sein. Oh nein. Oh nein. Nicht Matthew, Mann. Nicht Matthew. Oh nein. Walter, Mann, ist natürlich... Boah, ich verwechsel immer die Namen, Leute. Tut mir leid, Mann. Walter, natürlich. Wie komme ich auf Matthew? Scheiße. Kenny, Mann. Alter. Ich muss es versuchen. Ich muss es versuchen. Ja. Nein, er lebt noch. Fuck. Fuck. Alter, der tötet eine nach dem anderen, diese Missgeburt. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Wir kommen raus. Alter, Bonnie, ne? Die regt mich gerade auch so auf. Finally cut and run, huh? Warum bin ich nicht so surprised? Ich beantworte dich. Ich beantworte dich nicht zu folgen. Ich beantworte dich nicht zu folgen. Ich beantworte dich nicht zu, wie du. Ich beantworte dich nicht zu. Aber du bist jetzt safe. Wir gehen nach Hause. Was zur Hölle? Das nächste Mal, bei der Walking Dead. Das heißt, das sind unsere Brüder und Schwestern, und sie haben alle ein wichtiges Rolle spielen in dieser Gemeinde. Sie sind aus der Flocken? Ja! Das bedeutet, dass sie nicht ihre Weg zurück in die Hölle. Das bedeutet, dass wir es nicht in unseren Hörern finden, um sie zu retten. Das bedeutet, dass wir sie nicht in unseren Hörern finden, um sie zu retten. Der Sturm ist auf der Weg. Der Sturm ist auf der Weg. Der Sturm ist auf der Weg. Also, haben wir Sarahs Foto gemacht? Also, haben wir uns quasi die Schuld auf uns genommen. Haben nicht viele so viele gemacht. Okay, with the dinner. 65% und wir haben uns zu Kenny gesetzt. Okay. Told Walter the truth above Matthew. 74% haben es gemacht. Okay, das wundert mich jetzt. Naja, klar, okay. Matthew war der Tote, deswegen habe ich die verwechselt. Nix fade. Okay, 84% haben vergeben. Okay, das war aber fast zu erwarten. Und weggegangen, um Kenny zu finden, waren wir und 54%. Okay, Leute. Die Folge wird dann heute ein bisschen kürzer als normalerweise. Aber einfach, damit ich dann morgen Episode 3 in einer ganz neuen Folge starten kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wird mich über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns in der morgigen Folge wieder. Könnt ihr mal immer eure Meinung und eure Gedanken in den Kommentaren da lassen. Das ist immer mega interessant zu lesen. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.